Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys mit der DAX-Analyse für Montag, den 16.08.2021, damit auch den Beginn der Verfallswoche für den August. Die Verfallswoche im August ist nicht ganz so dramatisch wie die Verfallswoche im September. September ist da deutlich, deutlich wichtiger, da dann wieder großer Verfall, Hexensabbat quasi. Aber auch eine August-Verfallswoche kann sich vom Bewegungsverhalten durchaus ein bisschen anders zeigen, ein bisschen ruppiger werden, weil zum Verfall hin der ein oder andere Marktteilnehmer versucht, seine Schäfchen noch ins Trockene zu bringen, durch Stützungskäufe oder auch Verkäufe eben versucht, Aktienoptionen oder auch Indexoptionen auf den DAX noch ins Ziel zu bringen. Unser DAX selbst zum Freitag eigentlich ganz, ja, er wird uns gemäß gelaufen. Schauen gleich mal rein, ein bisschen Moonwalk war mit dabei. Soll ich hier einen Moonwalk darstellen, hab kein besseres Bild gefunden. Ich hab heute bestimmt länger ein Bild gesucht, länger das Bild gesucht, wie die Analyse dann eigentlich dauern wird. Aber das soll das trotzdem ganz gut verkörpern, weil wir müssen ganz klar sagen, also wir hatten drüber gesprochen, unser DAX hat von 49 die Möglichkeit, nach unten wegzudrehen. Wichtig war aber, dass dort halt auch rote Kerzen kommen, sollte dort nur zur Seite schieben, flach bleiben, sich dann wieder nach oben drehen, dann war gesagt, dann einfach weiter halt. 16.022 oder 16.020 haben wir ja gesagt, dann oben drüber die 16.118, 16.121, das waren die nächsten Ziele und gesagt haben, der läuft dann halt einfach weiter, wenn er hier nicht jetzt an der 15.49 eindreht. Ich hab das schon, also die Option wäre da gewesen, an der 15.49 abzudringen, definitiv. Aber hat das nicht getan, ist er unheimlich stabil und ruhig zur Seite geblieben. Und genau, dann stand hier oben, na, und dann war genau, das ist eigentlich so genau die Triggerschwelle gewesen. Also er war da wirklich, wie als hätte die Analyse angehört von uns. Also genau auf der Kante, wo sich eigentlich entscheidet, ob er nochmal in eine Beschleunigung oben rein geht, also quasi, der hat exakt diesen Todpunkt, diesen Nullpunkt erwischt, wo für die Leute transparent wurde, dass nach oben hin das Risiko komplett offen ist halt, ne, und ich letztendlich mit einer Short-Position auch das unkalkulierbares Risiko fast oberhalb hätte, ne, weil wenn der DAX in einem aktiven Aufwärtstrend oben anfängt zu beschleunigen, da kannst du Ziele raussuchen, wie du willst, die sind dem scheißegal halt, ne, im Zweifel läuft der halt einfach durch und wie ein Blöder, ne, der hätte auch eine 600 Tagespunkte, der einfach, also eine 600-Punkte-Tageskerze einfach nach oben hinstellen können. Das wäre auch nicht verkehrt gewesen halt von der technischen Analyse her, ne, weil es ist ein neues Allzeithoch, Kaufsignal, wir haben darüber gesagt, dass die letzten Tageshochs ja in der Vergangenheit immer wieder abverkauft wurden, das hat er gar nicht getan, wobei wir setzen es ein bisschen in Klammern, ne, wir gucken uns das gleich auf Tagessicht nochmal an, das sieht ein bisschen anders aus, aber trotzdem stehen wir höher als wir gestern oder am Donnerstag gestanden haben, ne, wir stehen ein Stückchen höher und der Trend ist intakt halt, ne, hat vom Rücklauf her genau, der hat das prima gemacht, ne, oben die 16,20 angelaufen, ist runter auf den Rücklauf, 15,9,65, wer von uns noch die Update-Mails über den Tag kriegt, das genau so, ne, also unten die 15,9,65, da hat man so und so noch so ein bisschen diesen Visier als Rücklauf, ne, dort sollte er sich wieder hochdrehen, im Hochdrehen selbst, muss ich allerdings sagen, hat mir das nicht gefallen, also, ähm, da hat er viel zu viel Zeit verloren und hätte hier eigentlich viel kräftiger auftreten müssen, um vielleicht sogar schon am Freitag einen Tagesschluss über 16.000 hinzukriegen, ähm, das bringt mir insofern jetzt natürlich den Montag ein bisschen durcheinander, weil der Freitag mit einem recht untypischen Bild einfach rausgegangen ist, ja, und Chartanalyse ist halt, gucke, was macht der DAX immer und projiziere es nach vorne, ne, nichts anderes mache ich gucke, was macht der DAX sonst immer in solchen Situationen und dann sage ich euch, guckt an den, den Stellen, das wäre jetzt typisch als Konsequenz aus dem, was er gemacht hat am Freitag, das macht es mir jetzt hier in diesem Sinne schwieriger, weil der Freitag für mich ein bisschen einen anormalen Verlauf hat, ne, also es ist eine kleine Anomalie zu typischen Freitagen im DAX einfach, ne, wäre der hier hinten raus wieder hochgekommen, über, hätte vielleicht sogar noch ein neues Tageshoch, Tageshoch am Tagesschluss, dann wäre das für den Montag die Prognose ziemlich einfach gewesen, dann wäre der mit einem dicken Aufwärtsgap reingekommen, hätte nochmal hochgezogen bis gut halb 10, vielleicht sogar um 10, ne, hätte sich hier irgendwo hier oben reingestellt, scheißegal, ob das dann 16.1.18 oder 16.2.30 oder sowas gewesen wäre, dann hätte das dann durchgezogen und dann hätte sich von dort erstmal wieder eine Korrektur laufen lassen, die dann bis Dienstag durchaus auf 15.8.30 wieder hätte zurückkommen können, ne, das hätte es mir einfach gemacht, aber so einfach kann ich ihn jetzt nicht nehmen, einfach weil der Freitag nicht so schön reinpasst. Und vor allen Dingen, weil er genau in dem Moment oben, an der 16.20, genau dort weggedreht hat, ne, wo er eigentlich die Beschleunigung, ja, einsetzen sollte, das heißt, er hat wahrscheinlich schon viele Leute dort umgedreht gekriegt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er dort die ersten roten Kerzen da umgeschlagen, ne, und so, Elisa, die wollte dann direkt gleich long gehen, nachdem da die rote Kerze ist, war vom Timing ziemlich ungünstig, da haben wir auch gesagt, also okay, long grundsätzlich ja gerne, aber nicht, wenn er jetzt anfängt, rot zu treiben, ne, das ist ja auch das, was wir immer in den Analysen hier sagen, achtet auf die roten Kerzen, wenn ihr short wollt, achtet auf die grünen Kerzen, wenn ihr long wollt, so, dort jetzt direkt dann long zu gehen, nachdem die ersten fetten roten Kerzen kamen, haben wir gesagt, ne, das lassen wir dann jetzt auch, das gucken wir uns erstmal an, ne, und im Zweifel geht er jetzt runter bis 9.65, 9.40, und dann hat er das auch getan, so, und war gut, hätte uns den Long rausgehauen, und jetzt kann man aber wieder gucken, weil er dreht jetzt hier schön auf, ich sag mal, wenn er jetzt zum Montag nicht mit eklatanter Schwäche startet, ja, und jetzt uns nicht hier unten wegreißt, unter 9.40, unter, ich sag mal, 900, vielleicht sogar noch drunter, unter 9.10, 8.95, ne, das sind jetzt so diese Punkte, die er noch lang anlaufen kann, wenn der jetzt bloß einen kleinen, schwachen Start reinkriegt, früh, relativ früh schon, 8.30, 8.45, vielleicht sogar auf der neuen Uhr-Spitze, und der steht dann hier also um die 8.95, und baut von dort dann aber trotzdem noch eine grüne Xetra-Stunde rein, eine grüne H1-Klos, direkt zur Eröffnung hier von der 8.95 nach oben, mit Stunden Schluss am besten über 9.40, könnte fast davon ausgehen, dass der bis Tag am Schluss durchrennt nach oben, ja, also, das, das wäre dann schon noch positiv zu werden, das wäre dann einfach nochmal so ein Bereinigen von Stops, die am Freitag da eben jetzt schon zu früh reingerannt sind, ne, das würde dann einmal rausholen, das könnte ich mir gut vorstellen, wenn er Schwäche reingestartet, sollte der aber absolut neutral rein starten, und hier einfach zur Seite rumeiern, würde ich mit jedem neuen Hoch, was er setzt, mit jedem kleinen neuen Tageshoch, was er kommt, würde ich ihm mehr Chancen zusprechen, sich oben raus wieder einzuschwingen, und dann auch über die 16.22 drüber zu laufen, drüber zu laufen, und rein in seinen möglichen Übertreibungsbereich. Statt zu den 1 wäre darüber dann die nächste hier im Bereich um 16.60, 16.65, da notiert jetzt auch das obere Band, die, die wir uns die Mails kriegen, die haben die schon ein bisschen näher gehabt, das passt daher ganz gut aufeinander, dass das Band das jetzt unterstützt, damit das jetzt 16.65 dann hier noch ein guter Anlaufpunkt, ne, als nächstes Ziel oberhalb der 16.20, und dann muss man halt wirklich sich öffnen, ne, weil eine Trendbeschleunigung setzt immer hinten raus im Trend ein, ja, das heißt, man muss einkalkulieren, dass die Kerzen wieder größer werden und auch Bewegung aufnehmen kann, ne, braucht bloß mal einen Aufwärtsgap zum Beispiel stellen, und das wäre jetzt das nächste, was ich, was, was ich jetzt als Regelmäßigkeit für den Montag trotz dieses komischen Freitag hier mitnehmen könnte, kriegen wir einen Aufwärtsgap, zum Beispiel über die 16.000, und er lässt das offen, und er macht das nicht zu, und er macht nach 9.15, nach 9.30, nach 9.45, neue, weitere Tageshoch, und steht auch 10 Uhr noch auf Tageshoch, 10.05, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass der oben rausgeht, und dann würde ich dem keine Grenze geben zum Montag, weil er kann bis zum Dienstag dann durchsteigen, ne, wenn er früh dieses Eindrehen verpasst, und das kennen wir vom DAX ja gut, dieses Montag, Eindrehen und sich runterwühlen, das kann er ganz gut, aber es gibt so eine Option, die zieht er halt relativ häufig in so Aufwärtstrends, in so starken Bewegungsphasen, wo er halt von Allzeithoch zu Allzeithoch springt, und das wäre halt einfach dieses Morgengap offen zu lassen, das haben wir ewig nicht gesehen im DAX, das ist wirklich ganz, ganz, ganz lange her, die einen oder anderen erinnern sich noch dran, da haben wir teilweise richtig drauf gewartet, ich springe aber mal noch nicht zurück in den Tageschart, das war noch vor April, da haben wir immer gesagt, das braucht der DAX, um oben raus wieder richtig Trenddynamik entfachen zu können, ne, und stattdessen hat er ja aber jedes neue Allzeithoch immer, immer wieder abverkauft, und momentan sehe ich das nicht, ja, also die neuen Allzeithochs werden jetzt nicht zwingend mehr abverkauft, anders als das noch die letzten Wochen war, ich glaube, das ist nochmal so eine Bereinigung, bevor er dann wirklich seine schwachen Monate durchzieht, ne, ihr erinnert euch, als wir hier gesprochen haben, was erwarten wir jetzt von August, September, haben wir gesagt, ich erwarte schon, dass es ein roter Monat wird, aber der hat natürlich selbstverständlich die Möglichkeit auch vorher nochmal so richtig hier so einen Schlenker zu schlagen, 16, 200, 16, 300, einfach nochmal rein zu boxen, und dann geht er hier irgendwo, keine Ahnung, um 15, 400, 15, 500 aus dem August raus, und dann ist es trotzdem ein roter Monat, dann ist es wieder ein Monat, der sich in die statistisch, in diese statistische Schwäche einreiht, halt, ne, und von daher gilt nach wie vor, solange der hoch treibt, ich hätte ihn gerne noch runter, und ich glaube auch, dass wir in naher Zukunft den auch wieder tiefer sehen, aber das, was ich jedes Video immer wieder sage, solange der hoch treibt, hat es keinen Sinn, sich Short zu verkämpfen, sondern macht mehr Sinn, Kopf einzuziehen, kurzfristig lang mitzugehen, ja, jedes Video immer wieder, auch heute wieder, gibt es gleich für den Montag, wenn der weiter hoch treibt, es hat keinen Sinn, sich da zu verausgaben und zu sagen, ah ja, ich mache halt weiten Stopp, und so, das ist schade drum, ja, dann guckst du dir das 300 Punkte, dann lassen vielleicht noch 16 500 oder 16 600 steigen, ne, ich würde ihm da keine Grenze geben, lass den austoben, wenn der anfängt nach unten wieder richtig zu spucken, kann man immer noch Short einsteigen, und dann kannst du auch eng absichern, dann kann man das schön mitnehmen, ja, so, und das gilt einfach weiterhin, ne, das ist mir wichtig mitzugeben, weil das ist einfach schade, wenn dann Leute von hier noch, die sind handlungsunfähig, die ganze Zeit, die sitzen dann ihre Shorts aus und warten und warten und hoffen, dass der Stopp nicht noch kommt, überlegen dann, ob sie vielleicht noch einen weiteren Stopp nehmen und so weiter, aber das ist Zeit, in der man kein Geld mit den Trades verdient, sondern eher offenen Verlust in den Markt gibt, ne, das ist nicht gut, aber ich glaube, ihr habt, ist auch soweit klar, warum wir nicht länger ausführen, Punkt ist, Aufwärtsgap oben offen lassen, wäre eine gute Chance, um rauszukommen, was wäre nicht gut, Aufwärtsgap, neues hoch zur Xetra-Eröffnung, neues hoch zur Xetra-Eröffnung, 9 Uhr, 9.15 Uhr, neues hoch reindrücken, über 16.20 Uhr und dann abkippen, abkippen, Gap Close machen, wäre nicht gut, das wäre zum Beispiel so ein Grund, wo ich sagen würde, okay, da kann man dann mal einen Short probieren, weil das wäre auf jeden Fall so eine Art Trendfortsetzungsverweigerung, und auf Montag, jetzt wo alle die letzte Woche gesehen haben, DAX neue Allzeithoch, DAX super stark, DAX trotzt allen schlechten Zahlen und so weiter und so fort, ist er natürlich auch korrekturanfälliger, aber ich würde diese Korrektur halt erst traden, wenn ich halt solche Erschöpfungssignale kriege, ne, Erschöpfungssignale wäre für mich ein Bruch der 8.95, Erschöpfungssignal wäre für mich ein neues, abverkauftes hoch, deutlich abverkauft, ne, das muss man richtig sehen, dass der hier ein neues hochstellt und dann dreht er ein und knickt hier wieder runter, macht das Gap zu, dann eiert er ein bisschen zur Seite und dann kann er sich nach unten eintrudeln, das wären so die Sachen, die ich hier erwarten würde, guckt euch die Marken an, die 8.95 ist mir mit die wichtigste Marke, die wir hier überhaupt haben, aber auch die 8.65 darf man jetzt so ein bisschen mit reinnehmen, 8.65, 8.65, 9.65, 9.45, das ist hier noch so eine Supportzone, eigentlich könnte man auch sagen, unterhalb dieser Supportzone ist es schon ein bisschen wackeliger, einfach, ne, dann hat der Platz bis zu 8.95 und unter 8.95 geht dann das Messer auf bis 8.30, ja, so und wenn er dann hier unten steht, dann sieht das Ganze aus Tagesebene scheiße aus, das kann man so sagen, alles was über 9.80 bleibt, kurzfristig lang, ja, außer halt wirklich verkauft es ab, aber selbst dann habe ich noch genug Möglichkeit, mich dann wieder aus der Affäre zu ziehen, halt, ne, deswegen glaube ich schon kurzfristig ist hier alles, was hier oben stattfindet, kurzfristig eher für lang attraktiver, aber man sollte das schon mal gucken, also wenn der von, 16.60 früh 9 Uhr auf die Mütze kriegt und wird in den Gap-Klos getrieben, das wäre ein schwäches Signal, das kann man sich früh schon mal so in den Hinterkopf schreiben und ansonsten geht er hier nur drüber, bleibt hier stabil, so wie wir das die letzten Tage gesehen haben, dann steigt er auch weiter, steigt er weiter, dann haben wir hier bei 16.1.18 das nächste, bei 16.1.60 so ein kleines Zwischenziel und dann würde ich hier oben so in die 16.2.30 reingehen, 16.2.45 vielleicht, ne, das wäre noch attraktiv, bevor dann eben dieser Part, aber der würde am Dienstag erst kommen, ne, das würde er am Montag nicht hinkriegen, wenn der hier hochkommt, dann tippt er am Dienstag nochmal dran, dann macht er sein Turnaround, dann ist auch alles gut und passt schön rein, aber dafür muss ich stabil durch, ruhig und stabil oder auch hier einfach so seitwärts und Stück für Stück nach 10 Uhr, 10.15 Uhr die neuen Hochs und damit haben wir so zwei, drei Szenarien für den Montag, mit denen man den eigentlich relativ gut greifen kann und die Montage lassen sich in der Regel auch gut greifen, man muss sich bloß halt davon lösen, es gibt jetzt kein 100% das steigt und es gibt kein 100% Short, es gibt typische Verhaltensmuster, die ihr macht zum Montag und dem folgen wir einfach, gucken wie der reinkommt und dann folgen wir den, ne, bringt nichts sich dann gegenzustellen, das hilft nicht viel. Alles klar, wir machen noch einen kleinen Schlenker in den Tagesschart, weil hier nämlich das nicht so schick aussieht, ne, also guck du mal hier, ich weiß nicht, manchmal scheint er wirklich ein bisschen die Analyse zu sehen und zu lesen und wie auch immer, guck du mal, wo der gedreht hat, den Pfeil, den habe ich ja hier Pima Daumen hochgezogen, ne, der gesagt hat, okay, der wird nicht genau an der 940 drehen auf Tagesebene und die 940 ist ja ein Ziel, was aus der Bewegung rauskam, ne, seit hier haben wir gesagt, oben ist das Ziel 940 und seitdem hat das verweigert, immer wieder verweigert, das Ziel zu schnappen, ja, aber aus der Korrektur heraus stammt noch dieses Ziel, deswegen ist auch dieser Trigger hier da und das ist natürlich noch aktiv, auch wenn mir nochmal eine kleine Nachkorrektur kam, ne, aber das ist schon, schon deutlich aktiv. Wartet mal ganz kurz noch, so, hier hat jetzt was gepiept im Hintergrund, das wollte ich nicht auf dem Video mit drauf haben. Also, aus Tagessicht hat er dieses Korrekturmuster das Ziel, was aus dem Ausbruch resultierte, was aus dem Ausbruch genau hier an dieser Stelle resultierte, wo man sagen kann, das wäre jetzt Long-Signal gewesen, diese grüne Kerze mit Stop-Loss hier drunter einfach, ähm, so handeln viele nicht, ne, aber es wäre in dem Sinne richtig gewesen, naja, jetzt ein Korrektur-Fortsetzungsmuster, ähm, Stop-Loss hier drunter und hätte sich auch bestimmt nicht leicht traden lassen oder eklig oder widerlich, wie auch immer, weil es viel zu oft wieder runtergegangen wäre, aber das wäre jetzt erreicht. So, und wenn man jetzt das nächste Korrekturmuster nimmt, dann hat das seine Ziele eben hier genau im Bereich um, dieser 1660, 1665, die wir angesprochen haben oder auch diese 230-245 hier oben. Das sind jetzt eigentlich so die nächsten Ziele, ähm, die jetzt aus diesem letzten Schlenker hier kommen, wir nehmen das mal mit rein hier, ich würde auf Tagesebene, Dann wären wir die 5 im 2-Stand-Chart, das ist mir die 2,30 wichtiger, hier ist mir die 45 wichtiger. Auch nicht immer für alle leicht nachvollziehbar, warum, wieso wir auf unterschiedlichen Zeiteinheiten unterschiedliche Sachen formen, aber es hat halt jede Zeiteinheit ihrer eigenen Mustern, ihrer eigenen Trends. Und das ist wichtig, dass man auch Unterschiede dort wahrnimmt und mitnimmt. Also, Punkt. Gut. Ja, von daher, wir sind an dem Ziel, kommt jetzt hier eine rote Tageskerze rein. Und darüber haben wir gerade gesprochen, dass wenn er die 8,95 fallen lässt, der Tagesschart scheiße aussieht. Stellt euch vor, jetzt kommt hier am Montag, der macht hier nochmal einmal drüber, haut in die 16,60 rein und macht da einen Tagesschluss, ich sag mal, 8,95. Dann hängt von hier oben eine rote Kerze hier. Ja, dann kommt auch noch eine hinterher bis hier. Dann steht er wieder bei 15,600, ist wieder genau in seiner Schiebezone. Dann macht er den Zucker nach oben, setzt sich nochmal runter auf die 4,50 und dann ist alles wieder wie vorher und der ganze Ausbruch abgewürgt. Ja, und das wird auch gut zu den letzten Wochen passen. Ja, und deswegen bin ich da. Ich glaube, wir haben schon runter zu, haben wir diesen Monat schon noch Chancen, auch nächsten Monat. Das ist, das ist schon übergeordnet, das passt gut rein. Aber das Signal ist halt noch nicht da. Und solange die Shortsignale noch nicht da sind und der eher Stärke und Trendfortsetzung und Stabilität zeigt, dann Kopf runter und kurzfristig noch long mitgehen. Und wenn man die Scheiße bis 17,200 durchziehen muss, dann ist das so. Dann longt man halt kurzfristig bis hierher und hat dann am Ende vielleicht doch wieder langfristig was getradet, was man gar nicht haben wollte. Aber man hat Geld verdient und es ist besser, wie als sitzt man dann seit, keine Ahnung, hier irgendwo Short drin und guckt sich das die ganze Zeit immer weiter im Minus an, wie es immer größer wird. Und fängt dann irgendwann an, rumzueiern, was man damit macht. Nachher sitzt man hier oben da und haut sich einen Longhedge rein. Und dann knallt von hier die Bude runter. Haben wir auch nicht viel gekonnt, ne. Also das, das so ein bisschen in diesem Blick, ne. Es ist ein interessantes Marken, an denen er gezuckt hat jetzt einfach, an denen er sich weggedreht hat. Und kommen hier jetzt rote Kerzen rein. Das ist halt schon fast vorzeitig als Fehlausbruch feiern, könnte man schon fast sagen, ja. Aber es ist halt einfach, das ist der Moment, wo er beschleunigen muss. Das ist der Moment, wo er anfangen muss, nach oben rauszutreiben, Gaps offen zu lassen, durchzuziehen, auch mal so ein 200-plus-Punkte-Tag reinzustellen. Das ist der Bereich. Wenn jetzt hier oben am Bollinger-Wand nochmal so eine runterzieh-Kerze kommt, dann kippt er wieder um. Kippt er wieder in die Mitte seiner Range um, ja. Ja, und das ist mir wichtig, hier am Tagestart aufzuzeigen, weil hier hätte jetzt locker auch eine grüne Kerze kommen können, auf dem Freitag, gerade auf dem Freitag eben, ne. Kennt man ja, bis zum Tagesende hoch, wie oft hat er das schon gezeigt, ist es aber nicht, ja. Eine größere wie am Donnerstag hier jetzt hinzuziehen, über dem oberen Bollinger-Band, das wäre, das wäre ein absoluter Stärkebeweis gewesen. Aber es hat er nicht, hat sich dort zurückgezogen. Und das ist so ein bisschen Vorsicht, aber wir haben keine roten Kerzen, wir haben auf der hohen Ebene hier, auch das ist erstmal nur ein Abdrehen, das ist noch kein, man kann auch nicht sagen, die Chartlag ist hier short. Ich würde hier eher vorsichtig sein. Gut, okay, habt ihr alles 2-3 Mal gehört, ich mache jetzt hier das einfach zu, wünsche euch viel Erfolg zum Montag und denkt wirklich in diesen 2-3 Sinn nach, in dem wir besprochen waren, für den Montag, damit kann man den wirklich gut einfangen. Und auch, ja, bändigen, einfach bändigen, man kriegt den damit gut geritten, man muss gucken, was macht der Markt und dann einfach mitgehen. Ich mache hier aus, wünsche euch was und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.